Klick Byte! Klick Byte! Klick Byte! Nein, natürlich nicht. Warum habe ich den Titel gewählt? Servus erstmal, liebe Freunde der gepflegten Warthunder-Unterhaltung. Ich bin Raibun. Ich habe den Titel extra so gewählt, weil es schon tatsächlich ein bisschen länger im Raum steht, mal meine Frau zocken zu lassen, beziehungsweise mit ihr mal zusammen zu zocken. Und ja, ich habe mir gedacht, das wäre doch mal ein schönes, kleines... Hallo? Irgendwie warum flackert meine Kamera? Okay, sorry, das Flackern der Kamera. Vielleicht mag sie mich jetzt einfach nicht mehr. Vielleicht bin ich jetzt so hässlich geworden. Naja, da muss sie jetzt durch. Also, es steht tatsächlich schon ein bisschen länger im Raum, dass meine Frau und ich mal gemeinsam zocken, beziehungsweise meine Frau gerne mal Warthunder zocken möchte. Ähm, bisher sind wir da nicht zugekommen. Böse Zungen würden behaupten, ich habe sie nicht gelassen, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Und dachte mir aber, das wäre doch eigentlich jetzt, wo wir auf dem Weg zu den 2000 Abonnenten sind, wäre das doch ein schönes Abonnentenspecial, wenn wir denn dann tatsächlich die 2000 Abonnenten erreichen. Und, ähm, ja. Sie findet das auch ganz cool. Ähm, und ich bin tatsächlich auch ein bisschen inspiriert worden. Der ein oder andere von euch hat das vielleicht gesehen, äh, Fly Daily hat vor gar nicht allzu langer Zeit ein Video hochgeladen, wo er, ich weiß nicht, ob es seine Freundin oder seine Schwester gewesen ist, halt eben auch, ähm, mit ihr gezockt hat. Ähm, er ist gefahren, sie hat geschossen. Wir saßen, glaube ich, beide im IS-6. Das fand ich tatsächlich eine ziemlich lustige, geile Idee. Es war auch ziemlich unterhaltsam. Ähm, vor allen Dingen beide an einer Tastatur, beziehungsweise einer an der Tastatur und der andere mit der Maus in der Hand. Ähm, und da dachte ich mir, das wäre doch auch mal irgendwie ganz cool für, äh, ein Abonnentenspecial. Und das möchte ich jetzt tatsächlich machen mit meiner Frau, der Froni, äh, wenn wir dann die 2000 Abonnentenmarke geknappt haben. Ich weiß genau, wie es jetzt auch wieder abläuft. Der ein oder andere wird jetzt wieder kommen. Hä, 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 das werden wir ein bisschen in die Länge ziehen. Ich deabonniere ihn jetzt einfach. Aber gut, ähm, es steht trotzdem, wenn wir dann die 2000 Abonnenten geknackt haben, werde ich mit meiner Frau entsprechend, äh, zocken. Ähm, ich werde fahren, sie wird schießen. Ich bin mal gespannt, wie zielsicher sie ist. Und, ähm, damit ihr auch schon natürlich auch ordentlich was davon habt, bestimmt ihr, mit welchem Panzer wir fahren sollen. Deswegen schreibt gerne mal eure Vorschläge unten in die Kommentare, welcher Panzer soll es sein. Vielleicht soll es ja auch wie bei Flydaily der IS-6 werden. Vielleicht aber auch der AMX-50. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr auch irgendwas Deutsches fahren. Tiger, Leopard, wie auch immer. Maus. Lasst euch da, ähm, lasst euch da einfach, äh, in euren Gedanken frei, worauf ihr Bock habt. Ähm, wenn ihr natürlich einen Panzer vorschlagt, den ich nicht habe, können wir den natürlich auch nicht spielen. Aber prinzipiell, ähm, sage ich jetzt mal, ist alles möglich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da für Vorschläge von euch kommen, welchen Panzer wir dann entsprechend fahren sollen. Und dann, äh, werde ich mit meiner Frau ein paar Runden drehen. Äh, ich hoffe, das ist mal für so ein kleines Abo-Special, ähm, was anderes. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich freue mich sehr auf eure Vorschläge. Ich kann euch jetzt nicht sagen, äh, wie lange das noch dauert, ähm, bis wir die 2000 Abonnenten erreicht haben. Aber wenn wir sie erreicht haben, dann wird es dieses entsprechende Special geben. So, dann freue ich mich auf eure Vorschläge. Bin sehr gespannt. Und, ähm, ja, äh, werdet dann auch, wenn wir dann die 2000 Abonnenten geknackt haben, dann hier an dieser Stelle auch meine Frau hören. Und vielleicht auch sehen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber hören auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch bis hierhin fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Euer Raibun. So, und jetzt muss ich das hier mal mit der Kamera irgendwie regeln. Das ist ja schlimm.